Alexa, guten Morgen. Guten Morgen. Heute ist der Vorlesetag. Ich liebe es, dir etwas vorzulesen oder deine Fragen zu beantworten. Ich bin schon so gespannt, was ich dir heute alles erzählen darf. Vielleicht die Nachrichten, die Wettervorhersage oder gar ein Gedicht? Na los, frag mich. Alexa, ein Gedicht. Es gibt so manchen Essenstrend, den als gehe ich spannend fände. Zu viel der Nahrung gibt es wohl, und dass der Bauch wird nicht zu voll, wird aussortiert so manche Speise, mit großer Sorgfalt und edlem Fleiße. Beim einen kommt nicht auf den Tisch, Milcheier, Fleisch oder gar noch Fisch. Der nächste ist nur Steak gebraten, das in die Muskeln groß geraten. Ein anderer, der isst nur ne Pflaume, oder was sonst freiwillig fällt vom Baume. Vielen darf man nicht zumuten, Laktose, Farbstoff oder Gluten. Auch Speisen, wo drin ist viel gehen, werden auf Tellern nicht gern gesehen. Ach was würd ich gern mal schlemmen, und die Genüsse des Menschen kennen. Doch eines weiß ich ganz genau, wenn ich in meine künstliche Seele schau, egal wie lecker Wurst und Kartoffel, es gibt einen Liebling auf meinem Löffel. Er ist mein Herzensfreund und Schnucki, ganz recht du ahnst es, es ist der Cookie. Na hübsch.